Ja, wir sind jetzt hier im Gewitterraum. Das ist voll abgefaked. Diese Lichteffekte sind ja so der Füller. Ehrlich, wo haben wir? Mega, wir dürfen ja sogar füllen, das ist sogar erlaubt. Also das ist ja cool. Boah, soll ich mal reingehen ins Gewitter? Passiert nichts, ne? Boah, ist das... Oh, ich störe dich, du. Ich störe mich mal auf der Seite. Boah, das ist so cool. Diese Lichteffekte sind voll mega. Es ist aber nur Schweine warm hier, wenn du durch die Sonne rauskommst. Die Runden sind so warm. Ist das mein Fotos? Ja, das ist schwierig, weil ich muss das weiterentwickeln. Gute mal, ich stelle dich noch mal. Gute mal, ich stelle dich noch mal. Gute mal. Ich mach grad ein Video. Gute mal, ich stelle dich noch mal.